Was ist das für ein Instrument? Eine Conga. Eine Conga? So kann ich das doch nicht ins Internet stellen. Das soll doch ein Werbungs-Jingle werden. Ja, das soll ein Werbungs-Jingle werden. Ja, das soll doch Werbung werden. Da können wir doch nicht sagen, es ist eine Conga. Hm, was ist es denn jetzt für ein Instrument? Ein Kajon. Gut, und das ist ein Kajon für große Leute oder für kleine Leute? Für kleine. Okay, und wie alt bist du? Dreieinhalb. Gut, und wie heißt du? Kajonite. Wie? Kajonite. Okay, und spürst du uns mal auf dem Kajonito was vor? Juhu! Frohe Weihnachtung! Ander undließ. Ja. Und der Kajonito, wo wir das? Ich bin ganz gut. Und jetzt sonst noch ein paar Tage. Kaunst du es noch mal auf. Ich bin ganz alt. Und dann auch ein paar Tage. Und dann noch ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020